Musik 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 Mein Liebens wieder Also wollte ich mal die Dinger vorstellen Die Geschpralinen Genau, mach mal ganz professional Hehehe Also Ähm Das ist die Verpackung hier So Mach mal auf So Also So So sieht das Ding aus Und ich muss natürlich auch gucken was drin drin ist Natürlich breit ich mal nicht rein So Kein bisschen unprofessionell So wie machen wir es schön finden Messerle auf Auch klopft wie ein Ei Hehehe So die Messer sind ein bisschen stumpf Aber es geht Dann doch irgendwie Also da läuft es schon raus Aber ist geil Ich putze den Tisch nachher Also drehen wir es mal um wie es aussieht Was haben wir denn schönes hier Hehehe So sieht es ungefähr aus Die gehört drin Die Kirsch Die ähm Folgen wir mal kurz raus Da ist sie Na Da ist die Kirsche Na ja Komm raus Da ist die Kirsche Und Und Na genau Die Füllung Die rumschwimmt Aber man muss halt auch mal gesehen haben Man beißt da rein und das Ding ist weg Jetzt sieht man mal wie es So aussieht Und ganz normal aufmacht Und da ist eigentlich nichts aus der Schokolade noch Genau Alles so weit links Und dann mal rechts So Ja Jetzt habt ihr auch mal eine Praline von innen gesehen Eine Likör-Kirschpraline Ja Gut Danke für die Zukunft Bis zum nächsten Mal Tschau Tschau